Zwei Mann, die gehen ziemlich spart in der Früh heim, ziemlich besoffen. Da fahren wir ganz bei der Kirche vorbei und sehen, da wird gerade Licht. Wie heißt Baby? Schau mal, da wird gerade Licht. Ja, ich hab gesehen. Wie heißt Baby? Wenn der Pfarrer schon da ist, geh ich gleich beichten. Ja, okay, ich geh beichten, ich warte da draußen. Da geht rein, setzt sich in den Beichtstuhl, Pfarrer ist gleich schon da. Ja, sag ich schon, ja, beichten. Bitte, was wollen Sie? Beichten. Sagt er, Sie wollen beichten? Ja. Unbedingt jetzt? Ja, Pfarrer. Sagt er, haben Sie jemanden umgebracht? Nein. Sie haben niemanden ermordet? Nein. Wissen Sie was, dann mach ich Ihnen einen Vorschlag, dann kommen Sie morgen. Okay? Ja, komm ich morgen. Schießt raus. Na, Pfe, geh mal heim. Sagt er, nein, wenn das so schnell geht, geh auch kein beichten. Spart er die Mühe, heut nimmt er nur Mörder. Ja. 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 Ja.